Ich glaube nicht nur an die Existenz von Aliens, ich glaube sogar, dass sie schon längst unter uns leben. Außerirdische, die ihren Galaxien entfliehen und sich geradewegs zur Erde hin vergeben. Sie haben sich angepasst und sehen fast so aus wie wir, nur schönern. Sie essen gerne Kerne, doch nie Kyros oder Döner. Ich kenne ein solches Alien, das eine fremde Sprache spricht. Die klingt zwar fast genau wie unsere, doch verstehen kann man sie nicht. Wenn es Ja sagt, meint es Nein, will es nett sein, wenn es kühl sagt, ich brauch nur fünf Minuten, zeugt das von mir Zeitgefühl. Ich fürchte fast beim Launch-Ship-Lanken, beim Betreten des Planeten, kam in irgends wieder Sinn. Für Logik vollstellt sich der Pank, denn leider hätt's nicht viel vom Ding. Es lässt sich lieber denken, von abstrusen Emotionen. Es ist nicht leicht, mit ihm zu wohnen. Das fremde Wesen, vom unendlich fernen Stern, das mir so unendlich fremd ist. Ich hab's trotzdem einfach gern. Das Wesen, mit dem ich kein gar nichts heimt. Es ist mein geliebter Feind, dem ich trotzdem nicht vertrau. Dieses Wesen nennt sich Frau. Ich glaube nicht nur an die Existenz von Aliens. Ich glaub sogar, dass sie schon längst unter uns liegen. Aliens, die man verwandte, weil man rechtzeitig erkannte, dass sie immer viel mehr nehmen, als sie gehen. Sie haben sich angepasst und wirken fast wie wir, nur eher hässlich, nicht lieblich, selbenfriedlich und ganz sicher nie verlässlich. Ich kenn ein solches Alien, das eine fremde Sprache spricht. Die klingt zwar fast genau wie unsere, doch es beherrscht sie leider nicht. Wie man mit dem Leben, wirkt es meistens abgelenkt. In vielen Fällen ist es nicht das Gehirn, mit dem es hängt. Vielleicht gab's ne Metamorphose, weil wir treten, das war neben uns. Und es rutschte ihn dabei, nicht nur das Herz, die fehlt in die Hose. Ich will nicht lesen, kann kaum schreien, und lässt sich am liebsten treiben. Von gewimmelten Harmonen, es ist nicht leicht, mit ihm zu wohnen. Das fremde Wesen von unendlich versterben, das mir so unendlich fremd ist, ich hab's trotzdem einfach gehalten. Das ist das Wesen, mit dem ich frei kann nicht sein. Es ist mein geliebter Feind, den ich kaum verstehen kann. Dieses Wesen nennt sich Mann. Ist das der Grund, warum wir zwei und so viel zoffen? Kommt ihr von verschiedenen Sternen? Und haben uns nur getroffen, um uns hier schnell zu vermitteln. Das würde einiges erklären. Zum Beispiel, warum ihr so schwierig seid, warum man euch nie versteht. Und warum ihr so komisch ausseht Und man nie weißt, wie's euch da geht Und warum man euch nie versteht